Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Star Stable Online. Heute habe ich wieder eine Spezialfolge für euch. Mir ist vor kurzem aufgefallen, dass ich einige Pferde habe, die ich über alles liebe und die ich jeden Tag nochmal neu kaufen würde, die ich aber eigentlich nie reite in meinen Levelrunden. Also bei mir funktioniert es meistens folgendermaßen, die Blackie und ich verabreden uns zum Star Stable Spielen und dann leveln wir eines unserer Pferde. Und irgendwie kommen einige von den Pferden nie dran, weil ich immer andere Pferde bevorzuge, obwohl ich alle die heutigen Pferde, die ich jetzt vorstelle, sehr, sehr liebe und ich würde die auch jedes Mal wieder kaufen. Es geht in diesem Video nicht darum, dass ich irgendein Pferd bereue, gekauft zu haben. Das habe ich ja auch schon mal gemacht. Da waren ja auch fünf Pferde, die ich tatsächlich bereue, gekauft zu haben. Aus dem einen oder aus dem anderen Grund tatsächlich meistens, weil ich mir eine andere Farbe gewünscht hätte, als die, die ich gekauft habe. Zum Beispiel Apple Cloud, mein altes frisisches Sportpferd, da hätte ich tatsächlich lieber einfach eine andere Farbe gehabt. Bei meinem Welschpony hätte ich lieber eine andere Farbe gehabt. Aber darum geht es heute nicht, Leute. Alle Pferde, die ich euch heute vorstelle, feiere ich total. Ich liebe diese Pferde allesamt, nur aus irgendwelchen nicht erklärlichen Gründen reite ich sie nicht mehr. Das erste Pferd, das ich euch vorstellen will, Blackie wird jetzt schreien, warum, ist Rose Hill. Rose Hill ist meine einzige Shire-Stute, also mein einziges Shire überhaupt und ist mega süß, oder? Ich finde sie so mega niedlich und tatsächlich ist sie Level 9. Sie habe ich gekauft, als die Shire rausgekommen sind. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann das war. Es ist auf jeden Fall ein paar Tage her. Und ich habe sie dann auf Level 9 gelevelt und dann in den Stall gestellt und seitdem bin ich sie tatsächlich nicht mehr geritten. Das hat tatsächlich keine wirklichen Gründe. Ich liebe dieses Pferd, ich finde sie mega knuffig und flauschig. Ich bin der Meinung, Star Stable ist der Shire super gut gelungen. Aber wenn ich levele, ich suche mir tatsächlich immer ein anderes Pferd aus. Das ist mein Pferd Nummer 1, Rose Hill. Jetzt steht da leider Smoke Song, aber ihr habt es ja gerade gesehen. Sie heißt Rose Hill, hier oben steht es. Das zweite Pferd ist tatsächlich auch ein Pferd, das ich so froh bin, dass ich es habe. Das ist Ashblood. Ashblood ist aus der Star Stable Horses App und mit Level 10 zu mir gekommen. Umso trauriger ist es, dass Ashblood Level 11 ist. 11 Dreiviertel, aber ich habe ihn tatsächlich nur 2 Level bis jetzt gelevelt. Ich kann euch gar nicht sagen, warum. Ich finde ihn mega süß, er ist mega flauschig und ich finde ihn einfach zuckersüß. Aber wenn ich ein NSK reite, dann ist es meistens entweder meine Cremello Stute, die Honey, glaube ich heißt sie, oh Gott, ich weiß es schon gar nicht mehr, oder eben Daydream. Und er ist irgendwie immer außen vor, der arme Kerl. Wie gesagt, schreibt mir nicht in die Kommentare, warum hast du dieses NSK? Tue ich nicht. Alle Pferde, die ich heute vorstelle, liebe ich über alles. Und alle Pferde, die ich heute vorstelle, würde ich auch wieder kaufen, wenn ich sie noch nicht hätte. Vielleicht habe ich auch einfach zu viele Pferde, um die alle zu leveln und dann kommt der ein oder andere nicht mehr dran. Das dritte Pferd ist Sienna Rain. Ihr wisst, dass ich das schon oft gesagt habe, dass ich Sienna Rain einfach viel zu wenig reite. Ich hatte sie jetzt letztes Mal bei der Levelrunde dabei, aber auch nur deswegen, weil ich sie gerade geritten hatte, weil ich von einer Aufnahme kam. Und ja, sie ist das Connemara, das ich am wenigsten reite, hätte ich gesagt. Und ich weiß gar nicht, warum. Sie ist mega hübsch. Sie sieht super schön aus. Bugskin oder Amber Champagne, was sie auch immer ist. Ich finde sie wunderschön. Und ich habe mir jetzt auf jeden Fall auch zum Ziel gesetzt, dass ich sie auf Level 15 bringe, dass ich sie auch mal in einem Championat reiten kann. Denn sie ist süß, oder? Ich finde sie mega knuffig. Und die Ausrüstung, finde ich, passt auch perfekt zu ihr. Das Einzige, was ich noch bräuchte, wäre irgendeine hellblaue oder so Champi-fähige Jacke oder irgendwie sowas. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr Ideen habt, was die Dakota tragen könnte, dass sie super gut zu Sienna Rain passt. Das nächste Pferd ist tatsächlich leider noch ein NSK. Und zwar mein kleiner Ostwind. Leute, ich liebe Ostwind. Ihr wisst das. Ostwind ist einer meiner absoluten Lieblinge hier im Spiel. Dennoch kommt er bei jeder Levelrunde zu kurz. Ich kann euch auch wirklich gar nicht sagen, aus welchem Grund. Aber ich wähle irgendwie immer ein anderes Pferd und nie ihn. Ich finde ihn super knuffig. Und er ist einfach wunderschön. Ich finde alle NSKs einfach so... Hallo, kleiner Mann! So wunderschön. Aber irgendwie bei einer Levelrunde kommt er einfach nie dran. Ich weiß nicht, warum. Der letzte im Bunde ist tatsächlich auch ein eher Oha, Leute. Wir haben drei Hengste und zwei Stuten. Und zwar ist das Minishade. Mein kleiner Batman. Der kleine Batman... Ich möchte es eigentlich gar nicht laut sagen, Leute. Aber Batman ist Level 1. Level 1. Er ist tatsächlich bis jetzt, glaube ich, mit mir zwei Rennen geritten. Und das war's. Ich kann euch auch nicht sagen, warum. Ich nehme an, ich habe einfach zu viele Pferde. Und wenn ich ein Pony reite, dann ist es eigentlich fast immer meine Maggie. Weil ich habe ja drei Ponys. Also eigentlich habe ich vier. Auf dem zweiten Konrad habe ich auch noch eins. Aber hier habe ich drei Ponys. Vier Ponys habe ich. Oh Gott, ich habe vier Ponys. Leute, ich habe vier Ponys. Und eins ist schon ausgelevelt. Und wenn ich eins reite, ist es die Maggie oder den Mini-Pirate. Und ja, Batman kommt immer zu kurz. Das ist sehr, sehr schade, weil ich finde ihn super, super süß. Und eigentlich möchte ich ihn auch wieder reiten. Aber irgendwie kommt er trotzdem nie dran. Ich weiß nicht, an was es leckt. Habt ihr denn auch Pferde, die ihr über alles liebt, aber die ihr eigentlich nie reitet? Die ihr einfach nie levelt, weil ihr andere Pferde habt, die ihr lieber reitet? Oder geht es nur mir so? Ihr könnt mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, welches der fünf euer Lieblingspferd ist. Ich kann mich tatsächlich nicht entscheiden, wer mein Liebling ist von den fünf. Ich hätte trotzdem gesagt, wahrscheinlich ist es Ostwind. Und ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr wollt, dass ich die fünf Schätze einfach öfter auch am Kanal zeige und mit ihnen zum Beispiel Quests reite oder so. Schreibt einfach eure Wünsche in die Kommentare und ich versuche sie euch dann zu erfüllen. Dann war es das auf jeden Fall von diesem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, würden wir uns natürlich über ein kostenloses Abo von euch freuen, über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus!